Servus und Willkommen zu der neuen Folge von Get in the Horizon. Ja, wir sind wieder in der Fennerie drüben. Wie ihr seht, der Plattform ist immer noch da. Ich habe jetzt schon mal die Tür noch hingesetzt, dass da nichts passiert. Wie gesagt, das Ding ist jetzt hier erstmal provisorisch. So, und wir brauchen ja auf jeden Fall einen... Oh, ich weiß, was ich noch vergessen habe. Ich habe jetzt noch hier einen Input-Hatch. Ja, der ist aber komplett falsch hier. Der kommt da hin. Und wir brauchen ja noch... Wenn ich das gerade richtig gesehen habe... ...einen Output-Bass... ...den muss ich auch noch bauen. Den habe ich vergesse. So. Output. Was? Spreicht mir auch LV. Kiste. Maschinenhall. Okay. Und das ist jetzt, Gott sei Dank, nichts was... Langewürdig ist davon 8. Davon 2. Davon 2. Rein. Rein. Au. Da haben wir jetzt dann hier auch die 8. So, 11er Maschinenhall. Ich brauche noch einen Pulli. Und wir brauchen noch eine Kiste. Klack wie Klack. LV-Maschinenhall. Box. Tschüss. Und Circuit Nummer 2. Ich hoffe es. Jawohl. Ja, nehmen wir gleich da. Das haben wir jetzt alles dabei. Ja. Das muss ich jetzt dann schätzungsweise nur ausfüllen. Lustig wird es dann mit dem Strom anschließen. Output. Jawohl. So. Dann wieder in die... ...Rafinerie. Hier. Jetzt muss man schon 3 Kilometer in der Rafinerie laufen. Aber alles gut. Dann hätte ich gesagt, kommst du da hin. Wir schauen uns nochmal an. Dann kommst du da hin. Du kommst da hin. Und du kommst da hin. Dann ist der da jetzt schon mal fertig. Da haben wir ja schon festgestellt, da ist der Input Hedge für die Flüssigkeiten. Da kommt da das Supertank hin. Und da kommt die Pipe dazu hin. Output Bass. Okay. So. Dann... ... ... ... ... muss ich nochmal gucken. Genau. 2 bis 11. ... ... ... Ja. 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 machen wir das mal provokant hoffe ich mal ja er hat auf jeden fall aber er schreibt noch in komplett das ist schon mal schön wir gehen wieder nach oben wir haben jetzt 12 drei darunter in komplett das 2 ok ja 123 das heißt jetzt für mich und dann brauche ich jetzt aus meinem rucksäckchen einmal soldering ich brauche einen hammer ich brauche den da braucht das da mit dem hämmelchen drauf gehauen mit dem hämmelchen drauf gehauen wir fallen was ab ich habe was weg so jetzt brauche ich aus meinem rucksack das so was wird es noch das ist los ok dann heißt es jetzt ich brauche jetzt aus dem da auch ich noch das und und dem brauche ich noch das und passt perfekt also das heißt jetzt brauche es 12345 ja mal rüber anstatt aber so problem wird es noch sein die werde ich nicht mehr haben aber ich müsste eigentlich als halb sind da 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so raffinerie bis ich irgendwann mal die in der iopipes alle sauber habe aber wie gesagt man kommt nicht dazu ok also das heißt dann du kommst dahin 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 und dahin ok ok das heißt es für mich ich hab das hier alles fertig muss ich mal unten gucken habe ich unten in der nähe irgendwo noch mv muss ich nur gucken wo ich bin bin hier hinten ja natürlich nicht so was sind wir bei dir bei dir sind wir schon bei low voltage und was haben wir da hinten es kommt mal so vor als wären beide ungefähr gleich weit weg es ist jetzt ein bluer neu das heißt ich bräuchte jetzt zweifach brauer näher runter mir reicht sogar mit witte würde sogar ein einfaches reichen problem ist halt mal wieder ich brauche wieder gummi was ich hier was ich hier verbrochen habe möchte ich auch gerne mal wissen dass ich um das verrecken kein keine crops kriegt die für mich nützlich sind es ist schon wieder dunkel so weil beim letzten mal haben wir das Ding noch aufgebaut jetzt müssen wir ja noch etwas herstellen ich habe hier nämlich auch noch ein bisschen kosmetik gemacht auch hier ein bisschen rand gelassen oder gemacht und dann habe ich festgestellt als ich diesen raum hier als ich das dann hier hinten hingezogen habe habe ich mir gedacht ah ok alles klar passt so hier sind es ja drei ja dann bin ich an den raum habe das da gemacht und denke mir hm komisch warum sind es hier vier ja weil der raum eins zu breit habe ich natürlich alles abreichen dürfen also auch das innenleben und wieder komplett neu verlegen man hat ja nichts besseres zu tun so aber wo besser das zu tun wie gesagt ich bin der Meinung ich habe es euch noch nicht gezeigt falls doch seht es zweimal und zwar ich habe ja auch hier an dem Holzschuppen rumgearbeitet ich habe einmal den kompletten Rand äh außen hin gemacht habe alles nach außen verschoben habe den Weg äh verbreitet auf drei habe das auch raus geschoben das soweit kennt man es ja so dann habe ich hier jetzt sozusagen den Innenbereich komplett auch neu gemacht das heißt ich habe den auch hier raus verschoben die sind jetzt äh vier breit und nicht mehr nur drei wie es früher waren und hier sind sie sogar fünf breit da vier da fünf damit es äh gleich ausschaut ne weil man hat ja hier und plus drei und weil hier habe ich glaube ich vier ne genau so dann habe ich hier alles mögliche hergeholt und äh ja die ganzen Hölzer die wo ich noch hatte auch äh hingemacht die Försterhütte ist jetzt sozusagen rüber gewandert da kommen jetzt dann die ganzen Sepplinge und Blätter und den ganzen und der ganze Käse rein so und wie man sieht ja das hat sich auch geändert sozusagen der Pfosten ist jetzt auch noch dazugekommen so und dann habe ich hier jetzt auch angefangen langsam das Dach rüber zu ziehen ähm auch hier Pfosten noch hin dazugekommen ähm auch angefangen das hier ein bisschen ähm zusammenzustellen wie gesagt da habe ich Mut zu Lücke gelassen dass ich halt durchlaufen kann ja und äh sehen tut man Gott sei Dank nichts da könnte man sich vorstellen dass hm wenn man da eine Linie reinbaut macht ja eigentlich Sinn dass man da was reinmacht ne aber hier ist keine genau habe ich schon gemacht da sieht man jetzt sozusagen wenn man in die kleine Hütte geht und hier ist jetzt dann halt ein Controller und dann habe ich halt überall diese schönen Pipes hin gemacht und die äh die Abfrage Pipe ist jetzt eigentlich nur dafür da dass ich sehe ob oben alles angeschlossen ist und irgendwann kommt noch ein AI System dazu aber wie gesagt muss man erst auf den Mond gewesen sein man merkt ne schließt sich der Kreis aber wie gesagt da kommt jetzt auch noch wie gesagt da soll dann auch äh noch Säge rein da soll Lace rein da soll vielleicht sogar äh ein Assembler noch rein dass man halt alles was mit aus Holz besteht da hinten auch bauen kann oder eigentlich da hinten hauptsächlich bauen kann nur wenn man halt mal Kleinigkeiten braucht dass man das auch in der Werkstatt machen kann so ähm Gummis die jetzt hergestellt haben ich bin jetzt nur gerade bei mir überlegen was macht jetzt am meisten Sinn aber ich hätte gesagt eiskalt ne 1er Kabel so 5 habe ich weil wie gesagt 1er Kabel das heißt ich ziehe jetzt 2 Ampere HV ja das äh tue ich ja dann sozusagen runter auf MV das sind es ja 4 genau dann haben wir achso das ist der was Moment habe ich die dann beim HV drin Medium Voltage Power Transformer jawohl den brauchen wir auch achso ne den brauche ich nicht ich bräuchte eigentlich den ganz kleinen da baue ich mal irgendwann ein ich setze jetzt einfach den den High Ampere rein ist egal so was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf äh ich brauche auf jeden Fall noch ein unrelated da habe ich am meisten dann nehme ich ja auch jetzt erst mal das mit 32 wo man wieder zählen beziehungsweise nein das heißt der Output Hedge kommt hier mit rein das Casing kommt hier mit rein in gut LV 3x3 ist donnerstark 16 ist kalt und das muss jetzt erst mal reichen solltet ihr erst mal machen das heißt ich transformiere das jetzt dann runter und gehe dann rauf und genau schauen wir mal wie war das mal kommen Raffinerie so ich gehe nach hinten machen wir das nämlich als erstes 1 1 1 1 tap 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 so des des noch mal des hoff jetzt hoffe ich dass das so funktioniert dann heißt es jetzt dahin hv zu mv jawohl äh nein nein ist falsch ist falsch habe ich schon richtig im Kopf gehabt so ich mache ich zu da kommst du jetzt nämlich und jetzt gucken wir mal wie weiters mit dem kabel da kommen ja das müsste reichen was ich gemacht habe das kabel dass wir gleich wieder da warum nicht mehr wir machen auf jeden fall noch mal acht ich bin mir nicht sicher aber ich habe da eine ganz große vermutung dass die elf nicht reichen so dann gehen wir jetzt ins chemiewerk ich glaube das ist der wegkürzer ja 11 stück die reichen definitiv nicht so jetzt haben wir noch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zähne brauche ich minimum dann heißt es wenn wir eine zähne brauche ich noch mindestens zwei merken und dann drücken wir mal die daumen dass da nichts passiert wenn ich jetzt gleich den strom anschließt chemiewerklein so du bist auch ich mich wieder meinen erzählt wie immer nö sieht doch gut aus so irgendwann kommt da hinten auf jeden fall dann halt auch noch battery buffer hin aber normalerweise müsste es das ding laufen so das heißt jetzt um weg äh um das äh space race um das kerosin herzustellen brauche ich ja jetzt äh 1200 liter coal tar und coal tar stelle ich mit äh wer glaubt's wer glaubt's genau mit kohle her vor allem charcoal das letzte mal was noch zu kompress kompress weil ich nicht mehr gewusst habe was ich mir den ganzen scheiß machen soll jetzt weiß ich's äh problem ist nur ich muss es jetzt wieder rückwirkend machen weil ähm ja die kann er nicht verarbeiten die blöcke so was haben wir jetzt gesagt wir brauchen äh 1200 liter und dafür braucht er 16 kohle so und dafür brauchen fortschreiber euch hier noch habe ich hier auch schon eingebaut ein fortchreiber ist dann nur hier so coal tar kommt in den pyrolyse ofen und zwar 32 stück auch noch ein danke so dann heißt ab zum bucherei jetzt sogar noch da einiges da gehabt so dann muss ich dich jetzt leider rausnehmen und jetzt heißt ja pyrolyse brauchen circuit nummer 8 es ist jetzt das könnte es natürlich ein problem werden so werkstatt das heißt ich muss das komische teil da mitnehmen macht dann am meisten auch sinn dass ich es dann auch gleich da lasse äh wir brauchen wieder mal wap guckerei du bist rein ich brauche die nummer 8 lasset uns hüpfen jetzt verstehe ich auch warum es nicht drin ist also nummer 8 und die kohle und er läuft und er lief nicht lange aber er lief toll toll und er lief ob er vielleicht jetzt anbleibt nein er geht nach sechs sekunden aus toll warum auch immer wie gesagt das ding verstehe ich ihn das ding verstehe ich noch gar nicht so häufig wie der mir den stinkefinger zeigt äh muss ich na komme ich doch durch so ich brauche pyrolyse 120 mv für 18 sekunden habe ich da kein mv dran hängen doch natürlich magst du das holster drin nicht 3 4 5 auf länger als sechs sekunden er geht aus what the fuck ich muss mal runter habe ich hier nicht genügend strom drin der strom ist voll ist ja vielleicht zu weit weg machen wir jetzt einfach mal äh werkstatt mv batterien habe ich ja da so bucherei jetzt kann ich mir nämlich nur wirklich vorstellen dass das halt weiß weil der weg so weit ist dass er da vielleicht sogar zwei braucht dass er halt dann irgendwann ausgeht weil er halt nicht genügend energie kriegt dann heißt es sowieso für mich ich muss das ding irgendwann näher ran bauen und umbauen so dann probieren wir es jetzt nochmal wir drücken die daumen dass es da dran liegt es lag da dran hey meine intuition war richtig cool jetzt verstehe ich auch warum dass der immer wieder mal ausgegangen ist weil ja einfach strom zu schwach so das ist schön jetzt habe ich zu wenig kohle dabei ich lache schön ähm ja total toll ähm acht stück ist mir egal muss reichen so also 1600 brauchen wir ja und ich will einmal den distillation tower laufen lassen 400 liter äh kerosin bekommen wir anthra 10 etypien 10 kulta und nafta interessant 53 das reicht ab in die kokerei das laufen ja und man muss und ich muss halt wirklich dran denken dass ich die reichweiten von mv und lv außer natürlich ich habe das red redstone alloy dann ist das scheißegal weil er verliert er nichts aber die anderen verlieren er auf die meter da denkt man nie dran ich auf jeden fall noch nicht ja ja ich merke grad 1600 total toll gehe nicht raus weil richtig meine hand pump schon voll ist so was ist jetzt da drin aber ich jetzt so was so wollte jetzt auch fast fast alle leer weiter weg da müssen wir auch demnächst wieder welche machen und jetzt ab in die raffinerie gleich heißt raumendrücken so funktioniert was wirken ab so dann heißt es du bitte ins weg das ist in ordnung extrekt weg so das heißt ich habe jetzt 2400 liter da drin das laufen schönes er läuft bis jetzt auch ich glaube immer schnell super jetzt bin ich ein zimmer weiter aber ich auch gar nicht hin und plant so und wir haben jetzt hier drin nafta hier haben wir drin adre irgendwas kulta blablabla und kerosin hurra hurra sehr schön das heißt das ding funktioniert auch faszinieren wird es halt wie gesagt der tower muss halt noch wird halt noch wachsen weil ich glaube wenn ich jetzt zum beispiel heavy oil oder sowas da rein verbrachte dann wird es mir leider nicht reichen so was ich jetzt auf jeden fall noch mal machen muss ist noch mal in die werkstatt gehen noch was essen auch noch mal einen circuit kommt und dafür brauche ich noch nitro ne und da ohne irgendwas und 32 sekunden mit nitro ja dann schneiden wir mal zum chemiewerk und zieht es nicht auch dass das mal wieder gebraucht wird so haben wir eine guckerei nur einer runter geflogen so da rein so da hin da kann das alles laufen wir können mit der kohle produzieren ja genau so weil jetzt wie gesagt jetzt stelle ich kohle her wood tar her äh und äh coal tar her genau das werden wir bis zum nächsten mal weiter vertiefen dass wir äh genügend kerosin haben wie gesagt das erste haben wir ja ähm und dann brauche ich ja dieses rocket fuel cell dafür brauche ich ja rp1 zelle äh dafür muss ich dann kerosin machen da habe ich dann gott sei dank nur 5 liter verlust und äh liquid oxy ist ja einfach nur ähm oxy oxy zellen in den äh freezer reinschmeißen ich hoffe dass ich den schon auf hv habe wenn nicht muss ich ihn auf hv machen weil sonst geht es nicht genau das wird unsere to do liste bis zum nächsten mal und für diese folge sind wir am ende ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao